Sondi mit Energie ja deswegen ja im Mixer auf und sei es wäre es sei voll das brutale Kriegspiel Mann ey so das ist so geil das ist echt mal ein geiles Spiel zum Let's Plane finde ich und außerdem das einzige Taute Fest was ich kenne und eine Sonne der Kunde schon wieder ein geschützter zack Oha wie viele Pieschmutter ich jetzt pflanzen kann das gibt's doch gar nicht boah alter wie viele Sonnen ich schon hab ich pflanze jetzt mal ein paar Walnüsse hier Walnüschen ey komm jetzt wird mir langsam ein bisschen zu viel hier da Cherry Bomb heißen die Cherry Bomb Sunflower Ach du Scheiße jetzt wird's aber ein bisschen heftig bei mir geht's grad auch voll ab ey Alter ich hab 300 Sonnen ich nutze meine Sonnen immer sofort ja ich auch ok wo kommt der jetzt hier der ja die mongolin die mongolische Betsy die hier meint ok der kommt von da da sind zwei Stück schon dann müsste eigentlich klappen jetzt wart ihr eben kurz mit dem Style oh jetzt hab ich vier ähm flessen in der ooooh a huge wave of zombies is approaching oder so bist du schon fertig? nein final wave jetzt erst bei mir ist die Gleichstadt zu Ende bei mir ist die ich hab noch einen geschützten Typen dann ist die zu Ende du musst aber warten wenn du fertig bist ne so haben wir das abgemacht oh mein gawd ach du scheiße ooooh was zur Hölle ja wie er sich bei dem Spiel aufregt ja Alter wie viel mitgekommen ey hohoho ich hab ne Schaufel bekommen wieso hast du die jetzt schon gekriegt wie schnell bist du eigentlich ich hab die jetzt gerade erst gekriegt haha du sagst du ich hab bist du fertig next level? ja next level Leute jetzt haben wir ja hier schon zu einem in drei Stück war die wahl ähm ähm guten Tag Nachbar mein Name ist Crazy Dave was du aber du kannst mich Crazy Dave nennen oh hör zu ich hab eine Überraschung für dich ähm aber zuerst ich brauche deine Hilfe ich brauche deine Hilfe brauche ich deine Hilfe aber zuerst brauche ich deine Hilfe um ja ähm benutze die Schaufel um die Pflanzen auszugraben lass uns graben komm Dings da habe sie okay ähm gut gemacht ähm jetzt zu der Überraschung ähm we're going bowling here take this wal why did why did I put a walnut in your hand wieso hab ich dir eine Walnuss in die Hand gegeben weil ich crazy bin weil ich crazy bin jetzt geh und äh bowl mich mach mich zu einem Bowling Gewinner oder so ach so scheiße was ist das denn zum das ist ja geil das ist so ein minimspiel du musst die Zombies abholen Oha, ich habe eine rote! Oha, eine rote Explodierende! Ja, ich weiß. Die hatte ich gerade auch. Damit habe ich drei Stücke in die Luft gejagt. Oha, die mit Helm, die halte ich länger durch. Ich kann die auch nicht mit Schaufeln entfernen. Nein, ich habe zwei auf einmal gebrochen. Die habe ich so unnötig benutzt. Oh mein Gott, ich brauche schon eine Explosive. Boah, drei auf einmal. Mit Explosive Wallnüste kommt mir zu Hilfe. Ich treffe meistens sogar zwei. Wie denn das? Ja, ich jetzt auch. Indem die einfach von den einen wieder abprallen und dann andere treffen. Oha, jetzt habe ich drei getroffen. Ich habe jetzt drei getroffen. Moment mal kurz. Ähm, ich bin gleich wieder da. Ich muss kurz, ähm, was machen. Okay, dann mache ich auch mal auf Pause. Entschuldigung, ich bin wieder da. Ich habe auch auf Pause gemacht in der Zeit, ne? Also können wir nachher rausschneiden einfach. Ja, okay, hm. Dann, back to game, sage ich mal. Ja. Okay, das ist ein cooles Spiel, finde ich. Und Pau. Oh, oh. Oh, oh. Das da unten wird jetzt doch ganz schön gefährlich. Ja, ja, schon. Oh, oh. Oh, oh. Ach ja, entschuldige. Ah, ja. Warum hat man das jetzt? Ich habe es geschafft. Okay, ähm. Boah, wie viel kommt denn jetzt? Okay, Leute. Ähm, ich werde kurz einen kleinen Aufnahmestopp einlegen. Ähm, da ich mal kurz... Warte noch, bis ich fertig bin. Okay, ich muss aber kurz mal aufs Klo, ne? Also. Okay. Ich mache schon mal Aufnahmestopp. Bis gleich, Leute. Hi, Leute. Scheiße. Egal, Leute. Was ist das? Ich wollte eigentlich sagen, Hi, Leute. Und herzlich willkommen zu Let's Play Plans. Was ist Zombies? Okay, da haben wir schon die Stabhochspringer. Ne? Ach, bist du schon hier? Hast du schon auf der Klinik-Level gedrückt? Ja, weil ich. Ja, bin dabei. Okay. Da meine Aufnahme sowieso kürzer ist, macht das eh nix. Zack. Achso, jetzt kann man da... Oh, shit. Mich hat gerade jemanden angeschrieben. Ignorieren wir einfach mal. Okay. Okay. Das war irgendwie fail. Ich hatte eine Pflanze, die Sonnenblume geplantet und hab dann mal remove and plant gemacht, also die Schaufeln ausprobiert. Brains, Brains, Brains. Ja, das ist scheiße, ne? Ich will eins, was machen. Was macht die Potenzial? Ach, das ist nie mehr. Ja, okay, dann leg ich die doch da ein. Brains. Ja, die explodiert, wenn die immer zu nah kommt. Ja, ja, ich weiß, ja, hab ich jetzt gar recht nah am Rand gelegt. Brains. 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 Oh, 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 jetzt kommen sie von unten, aber ist da bei mir noch gar nichts, ey. Was meinst du von unten? Ja, die Zombies kommen jetzt von der untersten Reihe. Ach so. Ja, ich freue mich schon auf die Staubhochspringer, ey, das wird schlimm. Hä, wieso, was machen die? Springen die über die Pflanze drüber, oder wie? Die springen über eine Pflanze rüber und dann sind die bei der anderen, dann können die theoretisch, wenn du nur eine Pi-Shooter-Reihe hast, dann können die deine Sonnenblumen auch fressen. Das macht mal zwei Reihen Pi-Shooter. Und vielleicht noch eine Reihe von Walnüsse. Ich mach gerade eine Reihe, eine Reihe Blumen, eine Reihe Sonnenblumen, dann eine Reihe Min und dann die Pi-Shooter. Ja, die Reihe Min da, die wird dir nicht nützen, weil wenn die einmal explodieren, dann hast du die nicht mehr. Ja, das ist schon klar. Scheiße, das ist ein Schritt. Einer hat meine, äh, mein niedlichen Pi-Shooter angefressen. Hat dem bestimmt wehgetan. So, zack. Oh, scheiße, das ist schon ein Stabhochspringer, ey. Das gibt's doch gar nicht. Gut, dass ich schon, äh... Ja, okay, gut, dass ich da jetzt gerade noch die Mine geblendet habe. Ich hab zwei Reihen, äh, Dings, äh, Dings, Dings, den gemacht, äh, Pi-Shooter. Boah, ähm... Ja, geil, Mann. Zwei Reihen habe ich jetzt auch noch. Das Gute ist, wenn die, ähm, wenn die keine Dings mehr haben, wie heißt es, ähm, wenn die, ähm, ach, wenn die einmal rübergesprungen sind, verlieren die ihren, ähm, Hochspringstab und die können nicht, ähm, mehr springen eigentlich. Also nicht das zweites Mal, die können nur einmal. Ich mach's drei Reihen, Pi-Shooter, das wird lustig. Alter, wie... Oh, nee, jetzt brauch ich so eine. So. Jetzt komm doch, ihr Scheiß-Sonnen... Da ist, komm, an der Krüppelbein. Ich weiß nicht, wundermit, ich weiß nicht, wundermit, die Pflanze wird jetzt gleich kaputt gemacht und setze ich die einfach da hin. An der Mi, an der Dings hat er erstmal noch zu knabbern. Und, ähm... Oh, nein! Kacke. Ja, ich bin, ich hab schon die nächste Pflanze und das war doch einfach geil, oder? Okay, ähm, schießgefrorene, ähm, Pins, ähm, die machen Schaden und, äh, machen die Gegner langsamer. Achso. Ja, okay. Ja, Nüsse, ich hab ja gerade eine Nuss geblendet, sodass ich noch, äh, genug... Oh, puh, ich bin schon in der letzten... Äh, ja, Hardwave-Zombies ist ab, oh, irgendwas da, das... Final Round auf jeden Fall jetzt. Jo, ich warte dann mal auf dich, ne? Und werde nicht so lange... Doch, ich bin schon fertig. Guck oben. Okay. Und die da rasend war, verteidigen auch noch mal eine Wahl, so ein bisschen mit durch. Ja, okay. Also, ich werde da mal kurz, äh, mich stumm machen, ne? Weil hier sonst viel geschreitig kommt. Bis gleich, Lüde, also ich mach dich die Aufnahme zu Ende, ich warte auf den da. Ey, sag einfach Bescheid, wenn du für dich bist, ne? Da mach ich mich wieder ins Stummen. Ja, okay, bin fertig. So, ähm, ich glaube, ich mach dann auch mal, einfach noch mal kurz... Jo, und ich bin... Ne, ne, dann mach ich doch keinen Stopp, wenn er wieder da ist, mach ich doch keinen Stopp. Ja, seht ihr, ich bin nicht da. Ich bin doch da. Ich bin immer da, ich höre dich immer. Und die hat 75, äh, Sonnenbruch, die. So. Ähm, so, ich geh schon mal auf Next Level, ne? Next, äh, jetzt. Ready, set, plant! Okay, ich bin schon da. Ich seh's direkt in der Sonne. Ja, gerade hat er noch mit 60 FPS aufgenommen, jetzt nur noch mit 30. Jetzt bei mir nur mit 24. 20. Ach ja, schönes Spiel. La 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 la. We're coming. Here I'm coming. Brains. Entschuldigung, wenn ich ein bisschen Husten hab, oder ein bisschen viel Husten. Ja. Halt krank. Leute, eben, äh, so, okay. Okay, Leute, ähm, da ist schon der erste Zombie, den wir gleich erledigen, sogar mit einer Zunge draußen. Der will an unsere leckeren Erdnüsse, die unsere schönen Pishudas schießen, auflecken. Das ist ja asozial. Mmm, lecker, wa? Also, ich muss jetzt Pishudas pflanzen und gleichzeitig auch noch Sunflowers hinten. Sonne, 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 Sonne. Ja, bei mir auch ganz schön. Ab mit die Regentonne. Das hat sich hier gereimt. Jo, ein Spiel, was man together spielen kann, mal together spielen. Das hat noch niemand gemacht, oder? Ein together Spiel, together spielen? Ein together Spiel, was man nicht together spielen kann. Das mal together zu spielen. Das hat noch niemand gemacht, oder? Keine Ahnung. Ja, ich hab noch nie jemanden gesehen, der sowas gemacht hat. Ja, vor allem, weil ich jetzt grad gar nicht richtig alle, was du meinst. Also, ein Spiel, was man nicht zu zweit spielen kann, oder über Online-Modus an zuschienen in Computerspielen, was wir dann zu zweit spielen. Sowas hat wohl noch niemand gemacht, oder? Keine Ahnung, ob das schon mal einer gemacht hat. Oh, nee, jetzt kommt da schon ein Starthochspringer. Oh, wie weit bist du denn nun schon, ey? Okay, da hab ich ein Fail gemacht. Das sollte eigentlich eine Sonne tun. Ich richte ihn. Ich richte ihn! Desföocoal. Ich richte ihn!